Hallo und willkommen zum dritten Teil zum Thema Hausautomatisierung mit Raspberry Pi und Zigbee in unserem Fall. Wir haben das letzte Mal den Rauchmelder in Betrieb genommen hinzugefügt. Heute fügen wir, weil wir ein bisschen besser damit spielen können, mal einen Temperatursensor hinzu. Ich habe hier einen von Xiaomi, einen Temperatursensor bestellt. Könnt ihr mal hier groben Vergleich von der Größe her. Also die Dinger sind so putzig klein. Die haben hinten ein doppelseitiges Klebeband drauf, die kann man einfach überall hinkleben. Gibt es in zwei Varianten. Die etwas günstigere Variante wie die hier, der hat Temperatur und Luftfeuchtigkeit drin. Und die etwas teurere Variante Temperatur, Luftfeuchtigkeit und auch noch Luftdruck. Das ist die günstige Geräte. Kriegt es bei AliExpress 5 Stück für ich glaube 20, 30 Euro. Inklusive Versand. Ich packe euch wie gehabt einen Link unten rein. Ah ja, bevor ich es vergesse, Abo nicht vergessen rauszuhauen. Abonnenten sind wichtig bei YouTube mittlerweile. Wir haben uns ja das letzte Mal den Home Assistant eingerichtet. Wenn ich mich jetzt wieder darauf verbinden will, fragt man natürlich nach einem Passwort. Wir haben den Benutzernamen Hannes gehabt damals. Passwort habe ich hoffentlich noch richtig im Kopf. Und nun sind wir in unserer gewohnten Umgebung. Wir wollen eingeloggt bleiben. Wir haben dann auch hier unter Configuration Devices irgendwo unseren Rauchmelder Schlafzimmer mit drin. Und jetzt wollen wir diesen Temperatursensor mit hinzufügen. Falls er schon mal angemeldet war, muss man jetzt lang auf dem Knopf da oben drauf bleiben. In meinem Fall war er schon mal irgendwo angemeldet. Ich bleibe lang auf dem Knopf drauf. 50 Stunden in der Regel. Vielleicht auch mal einen Tick länger. Und dann fängt dieser Rauchmelder an, blau zu blinken. Und das bedeutet jetzt, dass wir den hinzufügen können. Wir klicken wieder wie gewohnt auf D-Cons. Gehen auf unseren Gateway. Da hat man auch ein Passwort eingeben. Klicken wieder alles weg. Kennen wir auch schon. Gehen wieder auf ein neues Gerät. In dem Fall Sensor. Und fügen da unten einen neuen Sensor hinzu. Add new sensor. Ada, ein anderer Sensor. Jetzt sucht unser schwarzer Dresden-Elektronik-Stick nach neuen Sensoren. Und müsste den dann auch relativ zügig finden. Und schon ist es. Da hat man mal kurz drauf drücken müssen. Ready Multi-Sensor von Xiaomi. Wir haben aktuell 28 Grad, weil ich den ganzen Tag in der Hand halte. Und 58% Luftfeuchtigkeit. Der Sensor wäre somit zu unserem Foscon hinzugefügt. Wenn wir jetzt auf Overview gehen, können wir den Sensor auch hier hinzufügen. Diese Grundeinstellung, dieses Dashboard am Anfang, können wir hier rechts oben konfigurieren. Configure UI. Und dann können wir rechts unten einfach irgendwas hinzufügen. Und in unserem Fall fügen wir jetzt einfach Glanz hinzu. Das Teil, der schlägt jetzt den Drucker vor. Das löschen wir raus. Wir fügen jetzt Entity hinzu. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel unseren Rauchmelder vom Schlafzimmer. Wenn wir weiter runter gehen, sehen wir unseren Multisensor. Das Teil hier. Humidity, also Luftfeuchtigkeit. Und Multisensor Temperatur. Wir fügen also einmal Temperatur hinzu. Einmal Luftfeuchtigkeit. Der nimmt dann auch gleich die passenden Bilder. Der weiß gleich, was diese Entity darstellt. Speichern das Ganze. Und dann haben wir das auch hier schon wunderschön dargestellt. Wenn wir jetzt noch einen Verlauf haben wollen, können wir auch hier links unten, wie wir sehen, History Graph hinzufügen. Da können wir dann zum Beispiel Entity Temperatur hinzufügen. Und dann kann man sagen, ja, 48 Stunden, 72 Stunden, wie viel auch immer. Dann zeigt er uns quasi einen Temperaturverlauf über die letzten in dem Fall 72 Stunden an. Das ist auch ganz praktisch. Da sieht man so einen Temperaturverlauf vom Tag. Nun haben wir es geschafft, dass wir einen Temperatursensor drin haben. Wir sehen hier wundervollen Temperaturverlauf. Und wir können dieses ganze Dashboard hier über diese IP hier oben von unserem Heimnetzwerk aufrufen. Nun sieht es allerdings so aus, dass wir zwei große Probleme kriegen, wenn wir das Ganze von außen aufrufen wollen. Problem Nummer 1 behandeln wir jetzt gleich. Und zwar hat man in der Regel keine fixe IP-Adresse. IP-Adresse, das ist diese Adresse, das habt ihr sicher schon mal gesehen, wie hier oben, 172.16.15. Das gibt es auch für jeden PC, jeden Internetzugang, jeder Router, kriegt vom Provider eine IP-Adresse. Und über diese IP-Adresse ist man von außen hin erreichbar. Rausfinden kann man die ganz einfach, indem man zum Beispiel auf wieistmeineip.de geht. Dann sieht man hier oben die IPv6-Adresse und noch die IPv4-Adresse. Und mit dieser Adresse wäre man von außen vollständig erreichbar. Jetzt sieht das Ganze so aus, dass mit jedem Neu-Einwählen des Internets sich diese IP-Adresse allerdings ändert. Und damit wir von außen hin aber eine IP-Adresse immer gleich ansprechen können, benötigen wir einen dynamischen DNS-Service. Da gibt es jetzt einige davon. Ich persönlich bevorzuge den No-IP-Service. Da müsst ihr euch selber überlegen, was ihr verwendet. Diesen No-IP-Service benutze ich deswegen, weil er mir am a. sympathischsten ist und b. weil in Österreich in dieser Easy-Box oder wie das von der österreichischen Post heißt, hat man glaube ich ungefähr vier oder fünf Provider, die man einstellen kann. Da kann man nicht einfach irgendwas eingeben. Also muss man einen dieser Vorgefertigten nehmen. Da gebt ihr unten einfach einen passenden Hostnamen ein. Könnt euch hier noch einen Unterdomain auswählen. ddns, hoppto, zapto, da gebt ihr dann mein super Home Assistant oder was auch immer ein und klickt auf Sign Up, um dann quasi euch diese dynamische IP zu registrieren. Das ist auch grundsätzlich kostenlos. Ihr müsst es allerdings ein-, zweimal im Monat reaktivieren, was ein bisschen Aufwand ist. Ich habe hier das Kaufteil, ich glaube für ein paar Euro im Monat genommen. Wenn ihr diese Domain registriert habt auf euch, habt ihr dann zum Beispiel hier youtube-test.ddns.net, dann steht auch drin, wann das letzte Mal das Ding geupdatet wurde und es steht auch die aktuelle IP-Adresse drin. Und mit diesen Einstellungen müssen wir jetzt in die fritzbox gehen. Ihr geht also auf fritz.box oder wie das bei euch im Heimnetzwerk heißt, 192.168.0.1 oder so ähnlich. Meldet euch an der fritzbox an und könnt dann auf der linken Seite bei Internet auf Freigaben klicken und da gibt es da oben den Eintrag dünn-Dns. Sollte irgendwas nicht angezeigt werden unter der fritzbox, geht hier unten bei der Ansicht auf Erweitert, dann seht ihr mehr Einstellungen. Ihr klickt also da oben auf dünn-Dns und könnt nun diesen noip.com-Service auswählen. Gebt hier die Domain ein, die ich vorher gerade hatte, also youtube-test.ddns.net, gebt euren Benutzernamen und euer Passwort ein, speichert das Ganze und schon überträgt die fritzbox jedes Mal, wenn ein Internet-Reconnect kommt, die aktuelle neue IP-Adresse an den Service. Bedeutet, ihr könnt von außen hin, von überall auf der Welt mit in dem Fall jetzt youtube-test.dns.net auf euren Router zu Hause bzw. dann im nächsten Schritt auf unseren Home Assistant zugreifen. Grundsätzlich wäre das jetzt fast schon alles. Wir könnten jetzt der fritzbox zum Beispiel sagen, dass sie diesen Port 8123 nach außen hin ins Internet freigibt, eben diesen Port vom Internet auf unserem Port vom Home Assistant, von unserem Raspberry Pi, weiter routet. Wäre grundsätzlich möglich, ist aber ganz, ganz, ganz stark davon abzuraten, denn wir haben hier eine HTTP, also eine nicht verschlüsselte Verbindung. Sagt auch hier schon gleich, das rote Schloss, your connection is not secure. Bedeutet, wenn irgendjemand den Traffic mitliest, könnte er in Klartext benutzt, dann haben wir ein Passwort auslesen. Das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. Bedeutet, wir müssen gucken, dass wir eine verschlüsselte Verbindung hinkriegen zu unserem Server, zu unserem Raspberry Pi. Das geht, wie so vieles bei Home Assistant, total einfach. Wir klicken links unten auf Supervisor. Im Übrigen, wenn es Updates gibt von Home Assistant, könnte ich das einfach hier mit Update installieren. Das geht auch easy. Im Add-on Store gibt es ganz oben schon wieder irgendwo vorgeschlagen Let's Encrypt, denn wir brauchen ein sogenanntes Zertifikat, mit dem das Ganze verschlüsselt wird. Also ein Zertifikat, das auf dem Server liegt, mit dem quasi unser Handy oder der andere Browser dann diese verschlüsselte Verbindung aufbauen kann. Wir installieren also erstmal Let's Encrypt, indem wir einfach hier auf Install drücken. Und wenn das Ganze installiert ist, müssen wir hier oben erstmal auf Konfiguration gehen. Und da müssen wir mal ein paar Sachen eintragen. Einmal eine E-Mail, einmal die Domain. Die haben wir ja gerade registriert. Es wäre quasi hier diese YouTube-Test.ddns.net. Die tragen wir einfach hier ein. Und die anderen Einstellungen lassen wir so, wie sie sind. Wir brauchen Port 80. Mit diesem HTTP-Challenge stellt dieses Let's Encrypt quasi sicher, dass der Server wirklich uns gehört, dass man dann einfach irgendwie irgendjemanden seine Domain hier einträgt und die dann damit Unfug machen. Das heißt, wir müssen jetzt im Nachgang gleich Port 80 freigeben, speichern aber jetzt erstmal die Konfiguration. Schauen wir mal ins Log-File rein. Da passiert, glaube ich, noch nicht allzu viel im Moment. Deswegen geben wir jetzt erstmal Port 80 frei. Dazu müssen wir wieder auf unsere Fritzbox gehen, sind immer noch bei Freigaben praktischerweise und klicken dann hier oben auf Port Freigaben. In diesen Port Freigaben geben wir irgendein Port von außen, also aus dem Internet, auf eins unserer Geräte im Netzwerk frei. Dazu fügen wir hier unten erstmal ein Gerät für eine Freigabe hinzu. In unserem Fall wäre das dieser Home Assistant mit der IP 167 bzw. kennt den die Fritzbox ja als Home Assistant minus 2. Die IP-Adresse ist korrekt. Und nun können wir einzelne Ports freigeben, indem wir hier rechts unten auf neue Freigabe klicken. Hier können wir was angeben, müssen wir nichts angeben. Ich will jetzt mal HTTP-Server, weil das genau das ist, was wir freigeben müssen. Port 80 bis Port 80 vom Gerät wird von außen auf Port 80 freigegeben. Wir aktivieren die Freigabe, klicken auf OK und schon ist unser Gerät, nochmal auf OK drücken, schon ist unser Gerät von außen hin erreichbar über Port 80. Also unser Raspberry Pi kann von außen vom Internet über Port 80 gesehen werden. Wenn wir also wieder zurückgehen zu unserem Let's Encrypt, haben wir hier das eingestellt. Wenn wir diese IP jetzt irgendwo auf der Welt eingeben würden, wäre unser Raspberry Pi über Port 80 erreichbar. Wir müssen allerdings erst noch einmalig dieses Let's Encrypt starten. Und wenn wir jetzt in die Log-Datei reinschauen, können wir hier wunderschön erkennen, der arbeitet hier vor sich hin. Selected HTTP-Verification und nun holt er sich ein neues Zertifikat von diesem Let's Encrypt-Server. Und nun sehen wir auch hier, dass er Congratulations, the certificate and chain has been saved at. Er hat es gespeichert, er hat das Zertifikat heruntergeladen. Alles gut, alles toll. Wir können optional noch Start on Boot auswählen. Dann startet er, wenn der Raspberry Pi hochfährt, das Ganze einmalig. Dann sollte er theoretisch auch testen, ob das Zertifikat noch gültig ist und im Falle, dass es nicht gültig ist, ein neues herunterholen. Jetzt haben wir unser Zertifikat. Unser Browser, unser Raspberry Pi ist von außen über Port 80 erreichbar. Wir geben das jetzt einfach mal ein. YouTube-Test.dns.net Und dann passiert da erst mal noch gar nichts, weil der Server hier natürlich wieder gestoppt ist, ganz automatisch. Das heißt, da hat man keine Sicherheitslücke, dass da irgendjemand auf Port 80 zugreifen könnte. Damit wir jetzt aber auf unsere Heimautomatisierung zugreifen können, müssen wir noch ein weiteres Add-on installieren. Wir gehen also wieder auf Supervisor, Add-on-Store und auch schon hier oben vorgeschlagen, Nginx, Home Assistant, SSL, Proxy, SSL, genau das wäre unsere verschlüsselte Verbindung, die wir benötigen. Wir installieren also auch diesen Nginx, müssen den natürlich auch wieder konfigurieren, haben erst mal unsere Domain, die wir eingeben müssen, wieder wie vorhin, YouTube-Test.dns.net. Hier ändern wir nichts, wir ändern hier auch nirgends wo was. Wir gucken unten, dass Port 443 aktiviert ist. Das wäre quasi der SSL, der verschlüsselte Port für HTTPS-Requests. Port 80 schreiben wir nichts rein. Wir wollen nach außen hin keine unverschlüsselte Verbindung freigeben. Wählen also hier oben Speichern. Hier unten müssen wir nicht speichern, die Information bleibt beibehalten. Wir starten das Ganze. Und nun ist unser Raspberry Pi über Port 443 erreichbar. Allerdings, wie wir gerade vorher schon gehabt haben, wir müssen eine Port-Freigabe geben, denn vom Internet aus weiß natürlich der Router noch nicht, wo er diesen Port 443 hingeben muss. Wir wählen also hier wieder Home Assistant 2 aus, geben eine neue Freigabe hinzu, wählen einfach HTTPS-Server, Freigabe aktivieren, Port 443. Speichern das Ganze und schon ist Port 443 von außen hin erreichbar. Home Assistant macht es jetzt sogar so, dass wenn wir jetzt hier direkt oben HTTP eingeben, ohne das S, dass er uns automatisch das HTTPS hinzufügt, wir können also jetzt ab diesem Moment von außen verschlüsselt auf unsere Home Assistant Instanz zugreifen. Wir müssen hier wieder wie gehabt unseren Benutzer und unser Passwort eingeben und haben dann hier unsere komplett identische Oberfläche zu dem, was wir hier in unserem Heimnetz erhalten. Mal neu laden. Haben also jetzt unseren Home Assistant verschlüsselt, von außen auch erreichbar. In der nächsten Folge behandeln wir die App dazu, denn es gibt natürlich auch eine App fürs Handy. Damit man das Ganze auch am Handy hat, macht natürlich Sinn. Und wir werden dann auch noch ein paar andere Sensoren behandeln und auch mal Richtung WLAN gehen. Ja, ich hoffe, das hat euch bisher soweit gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten reinschreiben, wenn ihr noch was zur Home Assistant wissen wollt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020